Auf dem Tempelhofer Feld ist es auch am Abend sehr, sehr schön. Also die Atmosphäre hier ist gerade sehr, sehr schön. Ich fahre hier mit dem Fahrrad und die Sonne ist fast untergegangen. Oder die Sonne bewegt sich immer weiter dem Horizont zu und ja, viele Leute sind hier unterwegs und es ist alles sehr entspannt und es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Es ist eine tolle Atmosphäre und deshalb wollte ich diese Atmosphäre auch mit euch teilen. Okay, ich hoffe, ich habe die Atmosphäre gut eingefangen und das Gefühl gut eingefangen, dass ich hier gerade erleben darf auf dem Tempelhofer Feld und ich sehe euch morgen. Tschüss! Sollte